Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Sie sind die Küstenwache. Sie sind die Küstenwache. Sie sind die Küstenwache. Geht her! Laufkommen! Goddammit! Bis zum nächsten Mal. 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 Mal. Aber vergiss nicht, wir wollen morgen früh auslaufen. Ist klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Endlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich glaube, die ganze Nacht dran denken müssen, was ihr wohl gemacht habt. Was meinst du denn, was wir die ganze Nacht gemacht haben? Wahnsinn. Ein Wunder moderner Kommunikation. Was denn? Vorgestern sind zwei Schwerverbrecher aus Hohenstein ausgebrochen und heute schon das Fax da. Früher ging das mit der Flaschenpossung schneller. Das könnte genauso gut meine Großmutter sein. Ja. Sind das die beiden? Ja. Zum Glück haben wir jemanden an Bord, der liest. Glaubst du? Glauben Sie, die sind über See geflogen? Ja, wahrscheinlich. Einer von beiden hat in Schweden gelebt und dort angeblich Freunde. Merlin für Albatros, bitte kommen. Merlin, Albatros, hallo. Bitte gehen Sie auf Kanal 10 und holen Sie Maike Gerber ans Gerät. Wieso, was ist denn, Ober? Ihr spricht die Küstenwache. Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen Auskunft zu erteilen. Einen Augenblick bitte, Ober. Den Funkspruch übernehme ich. Die Dame ist verhindert. Was ist denn los? Dette, bist du das? Rolf. Rolf, gut, dass du anrufst. Du, wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Ey, was ist los? Was ist passiert? Das Unterdeck ist voll Wasser gelaufen. Na ja, das sind Freunde von mir. Die Küstenwache? Da habe ich auch welche. Merlin, kommen. Merlin für Albatros, kommen. Rolf, die Lage ist wirklich sehr ernst. Mayday, Mayday. Hör mal, gib mir sofort eure Position durch. Wenn das so einfach wäre, du glaubst ja gar nicht, was hier los ist. Hör mal, was ist mit Maike? Das Unterdeck ist voll Wasser. Und Maike, na ja, das ist ja das Problem. Sie, sie ist im Klo eingeschlossen. Jo, das ist ein Seefunkkanal. Das kann dir eine Anzeige einbringen. Ich fahre mal auf zu fressen, Mann. Ich meinte gut. Jolot. Ja. Ja, ist ja? Ja, das ist ja. Komm. Na, also. Hallo. How are you? Wurde auch langsam Zeit lassen. Rechtes Wetter in Stockholm, in Sweden. Es ist nicht leicht, hierher zu kommen. Ja, und, also zum Trinken dabei? Cola, Bier, Skol? Nein. Also frische Klamotten mitgebracht. Ja, dann gut. Ihr werdet es brauchen drüben. Scheiß. Ist genug Sprit im Tank? Ja. Das reicht. Ist es wegen. Na, wunderbar. Wo ist das Geld? Komm. Ich schau dir. Komm. Komm. Hier. Dann muss ich irgendwie verklemmt haben. Pack mal mit an. Komm. Komm. Ich schau dir das Geld. Komm. Komm. Sieht sehr gut aus, Kalle. Das sieht nicht nur gut aus, das schmeckt auch gut. Na, warten wir es ab. Ach, sieh nur wieder. Dann hat er doch wirklich gut gemacht, ne? Muss man mich mal sagen, wenn er was gut macht. Vorsichtig, sonst fängt er noch an richtig zu kacken. Was mit dir, willst du nicht? Ach, das ist bestimmt so, Herr. Was ist? Finde ich nicht, hat doch Zähne. Na ja, was soll davon nicht wackeln? Und da muss ich alles auf einer Seite kommen. Ja, dann mach es doch einfach so, nimm so einen Tuck im Kaffee, geht wie von alleine. Meinst du, das bringt was? Tja, bei meiner Oma hat es auch so angefangen. Ja, bei der Oma. Hier ist gerade ein Furchtspruch gekommen. Oh, ich gehe schon. Nein, nein, bleiben Sie noch sitzen. In einem Bootschirm ist eine Leiche gefunden worden. Die Spuren weisen auf die Ausbrecher aus Hohenstein hin. Wahrscheinlich sind sie auf See geflogen. Alle Schiffe der Küstenwache sind verständigt. Das schmeckt gut, ne? Mhm, sehr gut. Passt du wunderbar, die Klamotten, hä? Wir hätten vielleicht besser ein paar Gewichte dran hängen sollen. Hä? An die Leiche. Dann hätte sie keiner so schön gefunden, was siehst du? Dann scheiß doch draus. Ein paar Stunden sind bei Ihnen Sicherheit. Hoffentlich. Hab tierischen Durst. Was frisst du doch die ganze Zeit diesen scheiß, salzlichen Scheißdreck da? Na, wo ist denn der Schweden? Kann ich hin? Schweden. Nee, nee. Was soll ich denn in Schweden? Da suchen die mich doch überall. Polen. Wir fahren hier schön die Küste rauf. Hoch nach Polen. Ach du Scheiße, was ist da denn? Der Freihalt hat gesagt, der Tank wäre voll. Oh Gott, der ganze Benzin ist ausgelaufen. Nee. Doch. Der Tank muss vorhin einen Treffer aufmachen. Du Mist, da machen wir ihn jetzt. Was machen wir jetzt? Letzt mich, beruhige dich. Aber was machen wir jetzt? Wie siehst du noch? Da ist ein Schiff. Los, schießen die Sinten-A-Rakete. Da unten drin. Achtung. Schau. Da ist jemand in Not. Jan! Jan, was bedeutet Rot? Das ist absolute Seenot. Da müssen wir sofort hin. Na, gib Gas. Sag mal, weißt du, wo die Tausel? Ich glaube, hinten. Komm mal mit. Na los, hier. Mein Gott, nee. Na dann. Mal rein. Das Bier steht da hinten. Ich hoffe, jede Menge. Kommen Sie mit. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ach, was ist der Motor verreckt? Irgendwas mit der Benzinpumpe, glaube ich. Ist alles sehr unangenehm. Ja, ich werde der Funk für die Küstenwache verständigen. Das glaube ich kaum. Wieso? Das lassen wir besser bleiben. Komm, mach das Ding weg, ja? Mach das Ding weg. Ach, wie ist es, wie ist es? Willst du ums Schiff umgehen? Ich hab's noch nicht probiert. Dann probier's jetzt. Du treffst die Weibers unter. Also darf ich bitten, die Damen. Mit dem Boot können die Verbrecher unterwegs sein. Ist ein Diebstahl gemeldet? Nichts durchgekommen. Ein großes Boot wird es nicht sein. Auf dem Radar ist nichts Besonderes zu erkennen. Danke. Der Kurs müsste jetzt eigentlich stimmen. Den Ärzte mir, bis ich dir was anderes sage. Kapiert? Ja? Ja. Macht mir das schon wieder was? Ja, so langsam. Ich bleibe besser weg. Wenn er wieder wach ist, ja? Ich habe wohl ein wenig hier oben. Pass mir auf den Komiker auf. Ich gehe mal ein bisschen was nach unten. Hey! Wir müssen irgendwie die Küstenwaffe verständigen. Aber wie? Er hat doch gesagt, er hat Durst, oder? Ja. Ich gehe mal ein bisschen hier oben. Ich gehe mal ein bisschen was. Und dann bin ich mal ein bisschen gegangen. Und dann? Weibere immer wieder. Und dann? Du bist ja. Und dann kann ich den? Du bist ja. Und dann? Sie wollten noch was zu trinken haben. Und? Ja, da hinten in der Kiste ist noch was. Jawohl, sehr. Wir kriegen die Kiste aber nicht auf. Vielleicht könnten sie uns ja helfen. Freie war. Ich habe aber keinen Scheiß hier. Verstehst du? Hey, was ist los? Hier, komm, 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 komm. Mayday! Mayday! Küstenwache von Marilyn, bitte kommen! Bitte, hör auf mit dem Scheiß. Ich bin im Dienst. Das ist ein öffentlicher Seefunkanal. Da kann jeder mithören. Rolf, ich mach keinen Scheiß. Wir haben hier zwei bewaffnete Kidnapper an Bord. Kidnapper, erzähl mir doch nichts. Rolf, glaub mir. Der Steuermann konnte flüchten, aber Hanke haben sie niedergeschlagen. Okay, bleib ganz ruhig. Moment. Detti, gib mir deine Position. Meine, meine was? Wo ihr seid. Deine Position. Bingo! Oh Gott, Thomas, du bist gut. Woher soll ich das denn wissen? Siehst du, irgendwas, Land, Leuchtturm, irgendwas. Nein, nichts. Aber vor einer Stunde ist hier eine Fähre vorbeigekommen. Welche? Keine Ahnung. Bin ich nett für euch, oder nicht? Oh Gott, ist der blöd. Was ist mit dem Notdruck? Gibt's eine Position? Nee. Detti, siehst du den Kompass vor dir? Ja, wir fahren Kurs 40. Wir fahren Kurs 040. Das hilft auch nicht viel. Was ist denn da los? Entführung. Ich bleib dran. Detti, siehst du noch irgendwas bei dem Kompass? Anzeige, Zahlen. Irgendwas. Doch, hier, hier, hier steht was. 12, 10, 54, 20. Das ist es, du hast es. Prima. Du bist reichsauer, mit wem kürzelt von ihm war. Ich hab niemanden erreicht. Willst du mich verhassen, oder was? Bitte? Bitte? Du Arschloch! Pass doch mal auf! Wenn du da feierst, hat dieser Wichser irgendwem unsere Position durchgegeben. Komm her! Komm her! Der Wichser soll den Kranken runterbringen. Und sperren sie alle unten ein! Ganz bleibere! Alle, hab ich gesagt, Mensch, bist du taub! Ich hab ja nicht die Position der Marilyn, er hat's dann doch noch kapiert. Er hat ja auch Zeit. Kurs! Hier ist sie. Neuer Kurs. 0, 6, 0. 0, 6, 0, beide voll voraus. 0, 6, 0, gerade stehen. Beide voll voraus. 0, 6, 0, liegt an. Ist das nicht die Yacht, wo Maike drauf ist? Ja. Haben Sie Funkkontakt? Nicht mehr, war plötzlich weg. Wie klang denn dein Funkkontakt, der ernst? Ich glaub schon, jedenfalls hat er geflüstert. Ich hab ihn kaum noch verstanden. Hat er gesagt, wie viele es sind? Zwei. Das könnten die beiden entflohenen Strichlinge sein. Alle in Bereitschaft, lassen Sie Waffen an die Besatzung ausgeben. Zwei Ausgucke auf die offene Brücke. Und stellen Sie Funkkontakt zur Zentrale her. Könnte sein, dass wir Verstärkung brauchen. Jo. Geben Sie mir das Gespräch auf die Brücke, wenn der Chef sich meldet. Hier ist die Einsatzzentrale. Die beiden haben nichts zu verlieren. Josef Lause hat lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Diverse Raubüberfälle, Mord, Geiselnahme. Und bei Fritz Peppenberger sieht's nicht anders aus. Körperverletzung, Notzucht, Vergewaltigung, Mord. Ja, aber keine Hubschrauber einsetzen. Sie haben Geiseln an Bord. Ich informiere übers Präsidium, die GSG 9. Du hast völlig recht, wir dürfen sie nicht in die Enge treiben. Versuch direkten Kontakt aufzunehmen und die Lage zu entspannen. Ich schicke euch Verstärkung. Wahrscheinlich wollen Sie nach Schweden abhauen. Zumindest fahren Sie einen solchen Kurs im Moment. Das könnte sein, zumindest der eine ist dort bekannt, der Lause. Ich informiere dort die Kollegen. Du, warte mal. Versuch, die Entführer hinzuhalten. Over. Hey, zu mir hier. Ohne Wunder. Zeig, zeig, zeig. Zeig, zeig. Da sind Sie. Frau Friesen, nehmen Sie die Jagd voraus. Jagd voraus nehmen. Was wollen wir machen, wenn wir da sind? Was wollen die überhaupt? Wahrscheinlich außer Landeskommen. Halten Sie auf die Jagd zu. Oh, ich hab's doch gewusst. Ich hab's alle eingeschlossen. Ja, guck dir das an. Das ist die Küstenwache. Vielleicht fahren die ja vorbei. Vorbei. Die kommen doch direkt auf uns zu. Die haben unsere Position. Verdammt, wie den Leute alles schief? Beide Maschinen halbe Kraft. Beide halbe Kraft. Waren Sie auf Ruf weiter ran? Auf Ruf weiter ran fahren. 50 Meter nicht näher. In Ordnung. Wir haben uns gleich eingeholt. Aber das Ding fährt doch nicht schneller. Komm, ich will nicht mehr über Bord. Bist du geisteskrankt? Das hat doch alles gar keinen Zweck, Mensch. Bergerlin, hier spricht die Küstenwache. Stoppen Sie die Maschinen und kommen Sie längsseits. Für eine Überprüfung der Schiffspapiere. Sieh doch mit der Ballerei auf, Idiot. Das bringt doch nix. Stellen Sie das Feuer ein und stoppen Sie sofort Ihre Maschinen. Leck mich! Los, hol ein paar Weiber raus. Was ist denn? Weiß nicht, drei. Drei ist ja gut. Bergerlin, stoppen Sie auf. Sie haben keine Chance zu entkommen. Hör zu, ihr scheiß Bullen! Ich hab hier jede Menge Geiseln an Bord. Eine schöner als die andere. Ihr verschwindet jetzt, bis ich euch nicht mehr sehe. Ansonsten springt die Erste hier über die Klinge. Und jede weitere halbe Stunde die nächste. Alles klar? Habt ihr das kapiert, hä? Habt ihr das kapiert? Arschlöcher! Wir haben verstanden. Nehmen Sie uns zehn Minuten Gedenkzeit. Fünf! Fünf Minuten! Als hat er hier verschwunden oder die erste Geiseln stirbt! Zentrale für Albatross, bitte kommen! Würden Sie uns wirklich umbringen? Soll ich nicht von mir ab? Wenn die mich dazu zwingen? Aber es bringt doch nichts. Die kriegen euch ja doch. So schnell kriegt mich keiner mehr. Lass dich am besten darauf ein, bevor was passiert. Die Mädchen sind Zeugen. Sie könnten verraten, wo die gelandet sind. Gehen Sie am Ende sowieso um. Dafür sind es zu viele. Warte mal! Wie lange braucht die Sassnitz noch? Mindestens eine Stunde. Versucht sie irgendwie hinzuhalten. Vielleicht bleibt ihr auf Distanz. Die Sassnitz ist in circa einer Stunde bei euch. Das bringt doch nicht viel. Die werden von zwei Schiffen so wenig beeindruckt sein wie von einem. Wir werden sehen. Ende. Herr Kanz? Ja? Wir haben Meldung von der Sassnitz. Die haben das Fluchtboot gefunden mit dem Steuermann in der Jacht drauf. Der ist leicht verletzt. Hat er was über die beiden erzählt? Er hat sie eindeutig auf den Fahndungsfotos erkannt. Das sind Fritz Lause und Jose Pepenberger. Er meint, die sind zu allem fähig. Herr Lause und Herr Pepenberger! Wir haben Befehl bekommen, dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Fahrt ungestört fortsetzen können. Wenn Sie dafür die Geiseln in Ruhe lassen. Ist doch vernünftig! Aber wo wir hinfahren, geht euch den Scheißdreck an! Wir haben Ihren Steuermann aufgefunden. Wie wollen Sie jetzt navigieren? Wissen Sie, wo Sie sind? Wie wollen Sie den richtigen Kurs berechnen? Haut endlich ab! Ich hab gesagt, ihr habt fünf Minuten, also seid vernünftig! Pippi, geh dann mal runter und frag, ob einer von den Affen das Boot nach Schweden bringt. Wieso denn? Das Ding fährt sich genau wie der kleine Kahn. Jetzt wird ihn da gemacht, hä? Da wollte ich doch nur die Küste lang. Ist doch was ganz anderes. Du gehst mit den ganzen Hühnern, dann müssen wir schon weiter weg. Damit wir dir aus den Augen verlieren. Oder kannst du navigieren, hä? Also, also komm rüber den Dicken hoch, oder den Kleinen, der vorhin hier war. Ich werd versuchen, einen von uns rüber zu bekommen. Im Austausch. Um die Geisel zu befreien? Nein, um die beiden in Sicherheit zu wiegen, damit sie den Geisel nichts antun. Mehr können wir im Moment nicht machen. Vielleicht kann man Sie auf den falschen Kurs locken, zurück nach Deutschland oder so. Auf gar keinen Fall. Wenn die das merken, dann laufen sie Amok. Die müssen tun, was sie wollen. Hey du, aufkommen. Jetzt lassen Sie das nach Schweden. Nee, wieso ich? Nee. Doch! Ja, mit dem Quatsch, ja. Der Stahlmann ist doch von Bord. Ich hab das Boot nur geschartet, wirklich. Ich war anstatt dem Bode schauen und das Butter veranstalten. Verschweden! Wer weiß nicht schon, wo Schweden liegt. Hey du, du bist ja Schweden, oder nee? Ich? Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich würd's ja nicht mehr erkennen, wenn ich's sehe. Wirklich nicht. Scheiße! Scheiße! Fehlabzeige! Kein Mensch weiß hier, wo Schweden ist. Und ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir da sind. Ich weiß nicht, wie wir da sind. Scheiße! Weiber haben wir genug an Bord. Herr Rohrmann, versuchen Sie, den Funk zu manipulieren, damit ich mithören kann. Ich such's. Ich such's. Ich such's. Polizeiobermeister Rohrmann, was wird da in Bord kommen zu dürfen? Quatsch hier nicht rum, Arschloch. Los, komm, Captain, die Steuer. Lass mal los. Los, komm her, komm. Paar der Lähe. Wir wollen nach Schweden. Mensch, Quatsch, nicht und fahr los. Kurs 054 würde ich vorschlagen. Haben Sie den Wetterbericht abgehört? Das Wetter ist gut. Pst. Wir fahren wieder. Und die Küstenwache? Die lässt uns nicht hängen. Wir müssen ja irgendwie raus. Na klar, die Luke, wir nehmen die Luke hier. Doch nicht die. Wieso denn nicht? Die keine Meiche sehen, die hintere. Stimmt. Klar, das war eure letzte Chance. Los, die Küstenwache folgt uns und die fischt euch auch wieder raus. Können Sie schwimmen, trotz Ihrer Verletzung? Kann ich nicht schwimmen, wenn ich gesund bin. Bemühen Sie sich nicht um mich. Hau her. Und was mit Maike? Maike ist doch noch oben. Und solange Maike hier ist, bleib ich auch hier. Dann die Bede, das ist doch die Luke. Los raus. Mal, Peppi. Du, kannst du nicht auch mal so eine Schmusepuppe verfolgen, hm? Die mit den dicken Zöpfen. Oh ja, das ist gut. Oh ja, das ist gut. Die Weiber! Wo sind die Weiber? Du fette Drecksau! Weißt du, was ich mit dir mache? Ich bring dich um! Ähm... Nicht das Boden ist zu gefährlich, die... Ich bringe Maschine drauf! Maschine drauf ist das Schwein! Wir müssen mal ewig. Komm gleich wieder. Komm, setz dich wieder hin. Ganz ruhig! Meike! Vergiss es, Junge! Schön hoch die Pfoten, komm! Komm, verbiss dich! Schön weiter geht! Raus! Geh raus! Komm, kein Scheiß, komm! Raus! Dreh dich um und dach ein Stück! Bitte! Und jetzt? Hä? Und jetzt? Albatross und Merlin, bitte kommen! Wir Küstenwache! Bitte melden! Ja, Roman hier! Sie können jetzt längsseits gehen! Wir haben alles unter Kontrolle! Ja! 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 Tschüss! Au! Ja! Ja, noch so ein, zwei Mal zur Übung, dann können wir dich als Leichtmatrosen nehmen! Hey, hey, hey! Hab ich euch nicht rangeholt und die richtige Position gegeben? Ja, ja! Irgendwann dann schon! Also mir langt das eine Mal! Ohne euch hätten wir das nicht durchgestanden! Rolf! Wir verdanken dir das! Ja! Dass alles vorbei ist! Lass mal! Ihr wart beide gut! Habt die Nerven behalten! Herr Hohmann! Oh, oh! Kapitän! Der Chef will Sie sprechen! Viel Glück! Na komm! Danke! Ich hab' Ihnen erzählt, wie alles gelaufen ist! Danke, Kapitän! Nun tut mir leid, dass ich Ihren Anordnung nicht gefolgt bin, die beiden nach Schweden zu bringen! Aber ich dachte, woher wir die Chance hatten, sie Dingfest zu machen! Sie mögen wohl Schweden nicht, was? Nur im Urlaub! Urlaub! Aha! Herr Weber! Das haben Sie hervorragend gemacht, Herr Hohmann! Danke! Großartig! Tja! So ist die Küstenwache! Tja! So ist die Küstenwache! Spitzung! Die Küstenwache! Und dann SURE kaufhärmlichика eine Infodge! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir feiern ja hier keine Orgie. Wir sind ja Vergnügungsfahrt. Wollt ihr ein bisschen früher gehen? Oh ja. Na gut, Jan! Komm, wir machen Stopp, noch ein bisschen Pause. Okay, alles klar. Ich war doch nicht so eifersiegend. Kannst du dir vorstellen, wie blöd ich mir vorgekommen bin? Eingeschlossen, auf dem Klo. Ich glaube, die ganze Nacht dran denken müssen, was ihr wohl gemacht habt. Was meinst du denn, was wir die ganze Nacht gemacht haben? Ja, ich glaube, die ganze Nacht. Oh! 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 Bonsen. Ein Wunder moderner Kommunikation. Was denn? Vorgestern sind zwei Schwerverbrecher aus Hohenstein ausgebrochen und heute schon das Fax da. Früher ging das mit der Flaschenpossung, ging es schneller. Das könnte genauso gut meine Großmutter sein. Ja. Sind das die beiden? Ja. Zum Glück haben wir jemanden an Bord, der liest. Glaubst du? Glauben Sie, die sind über See geflogen? Ja, wahrscheinlich. Einer von beiden hat in Schweden gelebt und dort angeblich Freunde. Merlin für Albatros, bitte kommen. Merlin an Albatros, hallo. Bitte gehen Sie auf Kanal 10 und holen Sie Maike Gerber ans Gerät. Wieso, was ist denn, Ober? Ihr spricht die Küstenwache. Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen Auskunft zu erteilen. Einen Augenblick bitte, Ober. Kurs 054 würde ich vorschlagen. Haben Sie den Wetterbericht abgehört? Das Wetter ist gut. Pst. Wir fahren wieder. Und die Küstenwache? Die lässt uns nicht hängen. Wir müssen ja irgendwie raus. Na klar, die Luke, wir nehmen die Luke hier. Doch nicht, die ist hier. Wieso oder nicht? Die können euch sehen. Die hintere. Stimmt. Klar, das ist eure letzte Chance. Los, die Küstenwache folgt uns und die fischt euch auch wieder raus. Können Sie schwimmen, trotz Ihrer Verletzung? Ich kann nicht mehr schwimmen, wenn ich gesund bin. Bemühen Sie sich nicht um mich. Hauen Sie ab. Und was mit Maike? Maike ist doch noch oben. Und solange Maike hier ist, bleib ich auch hier. Dalli B, das ist doch die Luke. Los. Mal, Peppi. Du, kannst du mir auch mal so eine Schmusepuppe verfolgen, hm? Die mit den, mit den dicken Zöpfen. Oh ja, das ist gut. Scheiße, muss um die Weiber. Ich weiß es hier noch. Wo sind die Weiber? Du fette Dreck, Sau. Weißt du, was ich mit dir mache? Ich bring dich um. Nicht der Tod, was du gefährlichst. Ich bin mit der Maschine drauf. Ich weiß, wie da was das schreien. Ich muss nur ewig gleich wieder. Komm, setz dich wieder hin. Ganz ruhig. Komm, setz dich. Meike! Vergiss es, Junge! Hey du, du bist doch Schwede, oder nee? Ich? Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich würde es ja nicht mehr erkennen, wenn ich sehe. Wirklich nicht. Scheiße! Fehlabend. Fehlabend. Kein Mensch weiß hier, wo Schweden ist. Scheiße. Achtung, Käpt'n. Ich habe es überlegt. Wir können ihn auch jemanden brauchen. Ihr kriegt dafür, sagen wir mal, zwei Mädchen. Ist doch ein geiler Tausch, oder? Gut, ich schicke jemanden rüber. Aber schick mir einen Kerl rüber. Ja, Weiber haben wir genug an Bord. Herr Rohrmann, versuchen Sie, den Funk zu manipulieren, damit ich mithören kann. Los. Dr. Koer*** Arsch! 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 Polizeiobermeister Hohmann, was geht da an Bord kommen zu tun? Quatsch hier nicht rum, Arschlach. Los, komm, Kämitersteuer. Aber gern. Los, komm her, komm. Pfein runter hier. Wir wollen nach Schweden. Mensch, Quatsch, nicht und fahr los. Kurs 054 würde ich vorschlagen. Haben Sie den Wetterbericht abgehört? Das Wetter ist gut. Pst. Wir fahren wieder. Wir fahren wieder. Wo geht's? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Zwei Mädchen. Ist doch ein geiler Tausch, oder? Gut, ich schicke jemanden rüber. Aber schick mir den Kerl rüber. Weiber haben wir genug an Bord. Herr Rohmann, versuchen Sie, den Funk zu manipulieren, damit ich mithören kann. Jesus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020